Na du kleine Wusilette, was willst du jetzt hier? Jena ist gerade dabei die Wauzis anzuziehen. Gucke, da stehen sie alle rum. Meck-Meck, kommst du da auch noch her bitte? Hier gucke, Meck-Meck noch anziehen. Aufpassen, dass IÖ nicht plant mitzukommen. So, lass mich mal hier einmal durchruppen. Hinter dir steht Meck-Meck. Mir doch egal, mir doch egal. Soll es schneller gehen, ne? So, warte mal. Ich probiere die Wupps. Mit dem Mausebein. Einmal mal anziehen. Mach mal gut. So, müssen wir mal hier irgendwie gleich mit IÖ in Verhandlungen gehen, dass wir hier durch dürfen, ne? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wupps, wupps. Machst du hier hin? Wir wollen jetzt hier gleich mal rausgehen. Ja. Jena muss noch Lacke anziehen. Upsi, wupps. Gleich kommen ganz viele Hundefüße. Ja, das ist eine gute Idee. Du geh mal in die Küche und park da mal kurz, ne? Ja. So. Los geht's. Bis gleich, IÖ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.